So, dann sind wir wieder zu Tonga-Tone-Spiel Zombies Ate My Neighbor, so heißt das Spiel. Ohne Soundchannel 7. Ohne Soundchannel 7. Weil unsere Taste für die Aktivierung von Fraps doppelt belegt ist scheinbar. Machen wir neu. Acht Fälle fanden es. Scheiß auf Soundchannel 7. Wer weiß, was es ist, das ist ein episches Tone-Spiel. Das ist ein scheiß Soundchannel, das habe ich letztens schon gehört, komm. Okay, ohne. So, wir sind letzte Folge schon länger her. Wir haben keinen Plan. Wir sind, glaube ich, in Level 20 und wenn wir das richtig doorten, haben wir auch quasi keinen Schuss mehr. Wieso, was lügst du denn da rum? Ich habe doch eine Dose. Du hast eine Dose und ich habe de facto gar nichts mehr. Aber viel kann es ja nicht mehr sein, dass man auf wo im Level weitergeht. Die Party 3, 2, 1. Letzter Überlebende. Nein. Wie viele sind noch? Keiner. Tür. Ich bin weg. Woffi. Wir haben es geschafft. Warum haben wir das Level-Ein-Pan-letzte-Mal nicht fertig gespielt? Da war ja nicht mehr viel. Das ist vor dem Passwort. Das werden wir auch direkt benutzen. Dann kannst du eigentlich mal resetten und dann geben wir das Passwort mal. Ja, weil wir sind ja eh im Arsch. Wir hatten keinen Hotkey für den Reset, ne? Es gibt bestimmt einen. Machen wir es über das Menü. Äh, Vorspult. Ich liebe diese Vorspultaste. Ja, das ist ganz praktisch. Passwort. Was war es mit dem? D-X-B-R. Fuck. Wir kommen ja ohne hier auf den Festsatz, ne? Oder? Machen wir gleich, sobald wir beim Level sind. Ja. Level 21. Yeah. Wir kommen gut voran. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell uns da durchrushen. Aber es sind ja noch einige Levels vor uns. Wo bin ich? Oh, wir haben hier stark gedrückt. Du hast nicht stark gedrückt. Nein! Och Mann. Scheiße, müssen wir nochmal machen. Kein Problem, kein Problem. Ähm. Ja, wir haben ja gerade noch Batman gespielt. Ja. Wir kommen vor Batman spielen, deswegen sind wir auch noch verwirrt. Tut uns leid, dass ihr das jetzt hier nochmal mit ansehen müsst. Keine spannende Folge bisher. Wir spielen einfach für euch zu viele Spiele. Wir kommen nicht raus klar. Die alten Säcke. Ja, und ich immer noch krank. Ja. Das ist noch eine Session mit einem kranken Hoffi. Was war das? D-X-B-R. You're right. So, jetzt hier. Start. Start. Doppel Start. Aha! Finish him. Level 21. The day the Earth ran away. Oh oh. Eine Anspielung auf den Filmen, denke ich mal. Ich geh mal an Sicherheit. Oh nein, was geht hier da schon gut los? Was denn? Du machst dein Ding? Oh Gott. Ich spring hier noch rum, ne? Dann komm ich zu dir. Die halten aber auch nicht viel aus, das ist schon mal gut. Oh da, oh da, oh da. Bin mal auch eine. Oh! Oder ein Sixpack. So, hier hat man einen aktiviert. Ah, da bringt dich in die Bubble. Ja. Nimmst du auch keinen... Ich hab doch einen heute verloren. Einen hast du genommen, aber das... Oh, was war das denn gerade? Das war das UFO, glaube ich. Oh, die beamen sich da auch mal. Hier links gibt es noch einen. Oh Gott. Oh. Nee, geht's doch nicht rein. Ich hab gelogen. Oh, eine. Oh. Sie zuckeln da aber auch rum. Oh Gott. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, nee. Ich wurde gebubbelt. Ich wurde gebubbelt. Hier ran. Hier ran. Ich bin schon wieder gebubbelt. Rinder. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist doch so mies. Wir müssen noch oben... Oh, 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 oh. Dieser Schleim, ey. Der nervt richtig. Für die haben wir die Schleim immer im Hals. Und da erzähle ich euch, Leute. Das ist ein ganz schön bitteres Ding. Was der Hoffi da produziert in seinem Körper. Lass mal rechts rüber, bevor wir hochgehen. Ja. Oh, shit. Oh, komm, der hat mich doch getroffen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich muss hier überleben. Ich sehe mich. Lass mir die Bombe. Ja, oben ist er. Oh, Mann. Der bubbelt mich in einem Lauf, ey. Komm. Ich konzentriere mich nur noch aufs Ausweichen hier. Wo ist der letzte? Schlüssel. Schlüssel. Nehmen wir gerne. Wollen wir hier nochmal ins Haus? Ja, unbedingt. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Oh, Gott. Ich habe Angst vor diesem UFO, ne? Was habe ich denn da eingesammelt gerade? Ah. Ah, UFO. Oh, nein. Wie kann mich denn der Schleim schon wieder hier drinne treffen, ey? Das doch. Kommen wir hier durch? Müssen wir da durch? Nein. Mann, ey. Und ich verliere hier einfach rapide Leben. Ruhig Schleim, man. Geh in den Norden, Digga. Geh in den Norden. Da oben rechts ist er. Dann haben wir es geschafft. Komm, 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 komm. Das Raketenwerfer ist eingesammelt. Sehr gut. Okay. Ja, gleich, wenn wir in den Level sind. So. Ohne Leben zu verlieren. Health haben wir ganz schön was angewüßt. Ja. Aber wir gehen dann noch Medikid am Start. The Scary Sequel to Level 7. Revenge of Dr. Tang. Bossfight. Oh, wie der... Oh, hier sind wir wieder. Oh, dem beide. Oh, das war nur eine Tür öffnen. Oh. Oh. Egalen Gänge. Egalen Gänge. Nee, hier geht's rein. Doch, ich zumindest. Nö. Also, über Millimeter geht's hier rein. Oh, komisch. Lass uns mal nach rechts. Ah, wir haben schon ein Ding verloren. Wir haben ein Ding verloren. Werfe, werfe, werfe. Oh Gott, wir halten auch... Riecht dir was aus. Riecht dir was aus. Riecht dir was aus. Riecht dir was aus. Was erwärmt nochmal denn? Oh, toll. Lass uns weiter rein. Ich auch. Ist gut. Ach. Also, eine Horstet ist schon tot. Also, dann ist es auch Sackgasse. Oh, Mann, du... Er ist tot. Oh, Mann, du Mumie. Nein, er trifft mich nochmal. Lauf, 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 lauf. Jetzt aber. So, deine Tür. Jawoll. Schreibe hoch. Oh, Mann. Hast du Medikin? Nimm mal Medikin, Digga. Ich habe eins, okay. Beim nächsten Wolf setze ich mal einen Clown. Richtig überrascht da. Wir haben nur noch eine... Ne, noch zwei Geiseln haben wir noch. So. Hauptsache mal eine retten. Das Kreuz kannst du ja schon mal in Ansatz nehmen. Für die, ähm... Für die Wehrwürfe, falls noch einer kommt. Die konnte ich noch wechseln. X für die Waffen. Kreis für die... Wo war ich auf? Ich habe noch mehr Health. Ich habe aber auch keinen Kreuz. Du hast den Kreuz. Du hast alles eingesammelt. Ach. Ne, Plane. Oh. Was ist das denn noch? Da ist das Fragezeichen. Keine Ahnung, wir können hier rein. Oh, ein Vorhang. Credits? Jetzt hier rein. Nein. Ähm, ja, falls ihr es nicht wisst. Ich bin Sieg. Mit... Nicht Sieg wie im Deutschen, sondern ZEKE. Oh, nein, ich habe ja jetzt das Kreuz. Ich muss in einer anderen Waffe, Alter. Ja, das ist standardmäßig, Scheiße. Oh, in Percelators haben wir... Oh, wir haben noch Rasenmäher. Wir haben keinen Rasenmäher. No Rasenmäher. Danke, Passwort. Wir kommen da so durch. Wir kommen nicht so durch. Dann lass uns einen anderen Weg suchen. Ja, das... Wir hatten ja noch Möglichkeiten, ne? Dann geht's nochmal so runter. Ja. Oh, oh, jetzt kannst du an... Ich nehme ein Kreuz. Oder friere ihn ein. Wie du willst. Ich nehme das Kreuz. Wenn das überhaupt effektiv gegen die ist. Das ist die Frage. Wenn ich will. Oh, oh, oh. Oh, oh. Lauf einfach. Oh, ich springe mich an. Hilfe. Jawohl, super effektiv. So muss das sein. Oh, ich nehme jetzt auch mal meinen Medi-Cat. Hattest du den schon auf dem Radar gesehen, den letzten Überleg? Leider nein. Leider nein. Oh, oh, Feder... Nee, wach ein Dracula. Ist doch gut. Ist doch wieder für dich, denke ich mal. Oh. Feder war ein bisschen mehr aus. Ich habe einen Blob abbekommen. Komm, stirb Dracula. Oh, ich kreuzze. Oh, der hält ja richtig was aus. Du kannst ihn einfrieren, wenn du bist. Dann schießt sich mit einem Raketenwerfer einer an die Birne. Oh, Mann. Dieser Schleim jetzt auch noch. Mann, ey. Jetzt kann ich gar nichts. Lass mal runter. Durch hier. Dieser Vampir geht ja ganz schön auf den Sack, ey. Ah, Mann. Und da ist er schon wieder. Oh, nein. Noch noch so eine. Kackestein. Wir haben es. Wir haben es. Raus hier. Oh, nein. Bumpfen sie mich da hinten natürlich in der Ecke. Okay, nochmal. Jetzt raus durch die Tür. Besser dich nicht durch. Hast du das gesehen? Dreimal bin ich da durchgerannt. Da hat er die Tür versperrt. Mann. Einfach zugehalten. Das war schon wieder scheiße. Ja, aber bis zum nächsten Passwort könnte das alles lang. Denk ich doch. Denk ich doch. Wer hat so, hast du noch zwei Leben? Zwei habe ich noch. Oh, 23. Ich habe auch noch einen Trank. Ich habe gerade auch noch einen Trank aufgesammelt. Oh. Oh, nein. Ich bin schon gleich ein Trank. Oh, es ist auch nur noch ein Überlebender. Hoch. Redman. Oh. Hier rechts oder so? Und hier runter. Nein. Okay. Ich habe keinen Bock mehr. Oh Mann. Oh Mann. Und. Warte. Macht dann Jiggy. Wieso? Hier runter 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 runter. Ich bin tot. Ich habe den Überblick verloren. Oh ja. Komm, komm, komm. Nein. Baffi. Ich bin eingesperrt. Ich komme nicht weg. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, bis er dann gleich mal. So, jetzt. Jetzt. Was? Ich habe es geschafft. Wir gletschen hier auch durch. Ja, es ist ein sehr hektisches Gameplay. Auf jeden Fall. Das Spawns. Gerade zu zweit auch. Alleine kann man sich immer noch mal die Ruhe verschaffen. Indem man in eine ruhige Ecke geht. Zu zweit. Das ist immer. Und man muss sich ja immer koordinieren. Ja, genau. Da hat der eine den Rasen mehr. Der andere hat die nicht. Und schon ist Stress. Gibt es ja was am Kohleautomaten. Nein. Wie soll es auch anders sein? Hast du noch genug Schuss? Oh. Warte mal. Ich schmeiße da den Linken hin. Oh, hast du gesehen? Chucky. Oh nein. Das ist aber so ein brennenden Chucky. Das ist nie gut. Nein. Nein. Ich schmeiße. Oh, okay. Ich hätte auch nicht getroffen. Da da. Für den einen einzigen Überlebenden. Ja, den müssen wir ja auch schnell finden. Wenn der errippt, war es das. Da unten ist sie schon. Und das war es mit ihr. Verloren. Aber jetzt. Wollen wir es mal mit dem Safe State versuchen? Ja. Bis zum nächsten Passwort. So, wie kommen wir denn schnell zu der... Warte mal, können wir eine andere Route nehmen, damit die beiden Schreis da nicht... Spring nicht durch. Warte, nehmen wir den Weg hier auch nochmal? Nehmen wir die zwei Schlüssel nochmal mit? Damit wir uns nicht zu viele Umwege machen. Kannst du gleich runtergehen. Ja, ist ja nur wichtig, von welcher Richtung wir kommen, damit die Chucky's da nicht direkt reinrennen. Können wir hier mal gucken? Ja. Da oben ist sie ja auch schnell. Da müssen wir eine eigentlich schon mal tot. Sehr tot, komm, 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 komm. Ne. Hä? Scheiße, wir müssen schon jetzt werden unten weitergemessen. Machen wir. Die ist ja zugefallen, die ist auch zugefallen. Wir müssen uns schreien. Warte, ich habe einen. Du hast einen. Hier, gehen wir nicht immer lang. Oh Gott. Sprengen wir auf dem Weg nochmal. Ja, aber das ist ein Blutforst und jetzt haben wir das gleich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch ein Sprengy bekommen. Geh nochmal durch. Geht das? Ja. Ja. Nehmen wir die Tür, nehmen wir die Tür. 3, 2, 1, go. Ah, ist alles weiter. Scheiße. Ist alles weiter. Ich schmeiß da schon mal was hin. Ja, Mann. Rette sie. Wow, eben gewonnen. Lad mal mal auf. Versuchen wir nochmal hier? Ja, einmal. Kriegen wir hin, glaube ich, ne? Das kriegen wir hin. Ach komm, echt jetzt? Echt jetzt? Ach, der brennt ja noch. Der brennt ja noch. Na super. Der brennt ja noch! Wo war das? So. Nein, wirft die Dose. Ich hab ihn. Och, der brennt ja noch. Oh, ey, wir haben auch ein Pech, oder? Ja. Aber wie kommen wir denn in den Raum überhaupt rein? Von unten müssen wir da von unten? Lass mal links nach ganz unten gehen und dann arbeiten wir uns direkt hier runter. Okay. Genau, wir sammeln den Scheiß erstmal hin hierher. Ach, scheiße. Oh, boah. Ganz gut. Die Ding ist nicht geschwendet. Oh, mauch hier. Hm. Stich. Statt die Ohren rumgehe. So, jetzt habe ich alle Dinger weg. Oh, geheim dran. Das ist schon mal gut. Oh, Kettensign, Mann. Das ist nicht gut. Oh. Wollen wir hier vorne? Und jetzt? So. Wollen wir hier mal hoch? Oder so noch weiter? Oh, Mann. Keine Ahnung. Hier sind Skull-Schlüssel. Ja. So lange wir nicht in die Nähe kommen, werden die Gegner auch nicht ausgelöst. Eigentlich nicht. Wir sind nur an diesem Block erstmal. Wollen wir hier hochfahren? Ich glaube, das ist gut. Okay. Ist gut. Ist gut. Wir müssen rein weiter. Hier, stieß sie auf. Stieß sie auf. Rett ihn. Rett ihn. Jawohl. Schön. Oh, im fünften oder dritten Versuch. Ja. Im fünften Versuch. Ah, aber. Frauenhälte. Ja, das ist halt Sieg. Oh, Passwort. Wollte ich nochmal ausfüllen. Also mein Name ist Sieg. Nicht mit S-I-E-G, sondern Z-E-K-E. Kann man aber schnell. Das wird mir toll ergänzt. Du warst Julie. Ja, ähm. Wundert mich auch. Dachten wir doch eigentlich, vielleicht haben wir auch, ging es auch gerade so schnell, dass wir es gar nicht mitbekommen haben. Hm. Oh. 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 Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Baby. Das Killer-Baby. Das müssen wir auch töten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in Munition. Hier geht es ganz weiter. Wollen wir erstmal umgucken, bevor wir uns gegen das Baby stellen? Ja. Munition holen. Doch, ich guck. Hat mir ja dich angeguckt. Du bist aber auch so ein charismatischer Typ. Ja, das ist der Sieg, wie er leibt und lebt. Boah, dieser Schleim, der geht mir ja richtig auf den Schleim. Kann man aber auch töten. Ja, kann man, aber der steckt relativ viel an. Wir haben mal gelesen, es gibt eine Waffe, gegen die ein One-Hit-mäßig funktioniert. Ja, was weiß. Wir wissen natürlich, wie ehrlich welche das ist. Wir hatten das ja mal mit einem Feuerlöscher probiert. Da ging es nicht. Ist da eine Flamme dabei? Nein. Oh ja, komm. Man tötet einen, das Spawn zwei. Und warum brennt das Fäschelchen noch mehr. Oh, mein Timer. Ja. Machen wir eine stille Pause? Ja. Und sehen uns wieder, wenn es zwei Soccer-Zone spielt. Zombies Ake My Neighbors. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.